Wo ist Liebe 3 geblieben? fragte Brigitte, als ich am nächsten Morgen in den Laden kam. Verkauft, sagte ich stolz, für 150 Euro. Das gibt es doch nicht. Aber wie und vor allem wer? Dieser Typ vom Restaurant gegenüber, Jens Thiel. Oh, und stell dir mal vor, er hat uns auch den Auftrag für die Blumendeko gegeben. Nun sah Brigitte endgültig aus, als würde sie die Welt nicht mehr verstehen. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich hatte schon gestern Abend überlegt, ob ich ihr von Merles Diebstahlversuch erzählen sollte, mich letzten Endes aber dagegen entschieden. Brigitte musste ja nicht unbedingt wissen, wie genau es zu Jens Meinungswandel gekommen war. Seine Schwester war gestern hier im Laden und letzten Endes haben wir beide es irgendwie geschafft, ihn zu überzeugen. Das ist großartig, Isabel. Neue Stammkunden sind so wichtig für uns. Ja, aber so groß ist der Auftrag nicht. 50 Euro die Woche. Ein Schatten huschte über Brigittes Gesicht, doch sie fing sich schnell wieder. 50 Euro sind doch super. Besser als nichts. Ich bekam ein flaues Gefühl im Magen. Wie steht es eigentlich um den Laden? Wir sind doch nicht pleite, oder? Nein, nein, beeilte Brigitte sich zu sagen. Aber du weißt ja, dass es momentan schwierig ist und dann steht auch noch die Sommerflaute vor der Tür. Da sind feste, verlässliche Einnahmen unheimlich wertvoll. Da stimmte doch was nicht. Brigitte machte allerdings nicht den Anschein, als hätte sie vor, mir reinen Wein einzuschenken. Alles klar, sagte ich daher nur. Ich muss gleich um zehn rüber ins Restaurant, aber das wird nicht lange dauern. Ich durchstöberte unseren Fundus an Floristen und Dekobedarf, fand die passenden Vasen und Windlichter, packte sie ein und ging nach vorne. Brigitte warf einen Blick in die Kiste. Was hast du denn da für Müll rausgesucht? Das ist kein Müll. Das nennt man Upcycling. Upcycling. Belehrte ich sie, während ich mich auf den Weg ins Tils machte. Die Tür war offen und im Restaurant stellte ich meine Kiste auf dem Tresen ab. Oh Schreck, die Mafia ist da, hörte ich Jens Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und sah ihn mit zwei Weinkartons auf dem Arm durch die Eingangstür kommen. Normalerweise mache ich sowas nicht, sagte ich. Oho, ich wecke also das Böse in dir. Er parkte die Kartons ebenfalls auf dem Tresen. Es war das erste Mal, dass ich Jens ohne seine Kochjacke sah. Er trug Sneakers, eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt, das relativ eng anlag und es irritierte mich, dass er so sportlich wirkte. Was ist? fragte Jens, der offenbar bemerkt hatte, dass ich ihn anstarrte. Nichts. Schnell wandte ich den Blick von ihm ab und griff nach meiner Kiste, um die Vasen auszupacken. Was sind das denn für Dinger? Ehemalige Likör- und Salatdressingflaschen. Ich habe die Flaschenhälse mit einem Glasschneider abgeschnitten und anschließend die Kanten glatt poliert. Siehst du? Jetzt sind es richtig coole Blumenvasen. Und was für Kraut kommt da rein? Margeritten, Wicken und Frauenmantel. Guck mal. Ich arrangierte jeweils eine Blüte mit ein paar Gräsern und steckte sie in die Vase. Das war's schon. Fällt doch fast gar nicht auf. Naja, und wofür sollen die da gut sein? Er zeigte auf eins der Windlichter. Das sind Senf- und Marmeladengläser, die ich mit weißer Glasfarbe angesprüht habe. Da kommen Ministumpenkerzen rein. Das gibt ein tolles Licht. Also ist das alles Müll. Das ist kein Müll, sondern Upcycling. Upcycling. Genau wie dein Flaschenkronleuchter, okay? Jetzt entspann dich mal und lass mich machen. Jens wandte sich ab und packte die Weinflaschen aus, während ich die Vasen und Windlichter auf den Tischen arrangierte. Die restlichen Blumen kamen auf den Tresen. Zwei Windlichter daneben. Fertig. Sieht doch gut aus, sagte ich selbst zufrieden und wartete darauf, dass Jens sein Urteil abgab. Mit kritischem Blick ging er von Tisch zu Tisch. Dann hielt er mir mit mürrischem Gesichtsausdruck einen Fünfziger hin. Bitteschön. 50 Euro für Müll. Super. Ich ließ mir ja vieles bieten, aber irgendwann war es auch mal gut. Da fehlt die Mehrwertsteuer. Du kriegst ganz ordnungsgemäß eine Rechnung von mir, denn selbst wenn du mich für eine Mafia-Braut hältst, mache ich das hier ganz bestimmt nicht schwarz. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Damit drehte ich mich um und verließ hocherhobenen Hauptes das Restaurant. Wo ist Liebe 3 geblieben? fragte Brigitte, als ich am nächsten Morgen in den Laden kam. Verkauft, sagte ich stolz, für 150 Euro. Das gibt es doch nicht. Aber wie und vor allem wer? Ja, dieser Typ vom Restaurant gegenüber. Jens Thiel. Oh, und stell dir mal vor, er hat uns auch den Auftrag für die Blumendeko gegeben. Nun sah Brigitte endgültig aus, als würde sie die Welt nicht mehr verstehen. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich hatte schon gestern Abend überlegt, ob ich ihr von Merles Diebstahlversuch erzählen sollte, mich letzten Endes aber dagegen entschieden. Brigitte musste ja nicht unbedingt wissen, wie genau es zu Jens Meinungswandel gekommen war. Seine Schwester war gestern hier im Laden und letzten Endes haben wir beide es irgendwie geschafft, ihn zu überzeugen. Das ist großartig, Isabell. Neue Stammkunden.